Herzlich Willkommen hier aus Low Familia und heute schauen wir uns mal von meinem zweiten Account die Dreck Bad Fights an. Einigen Legende, auch natürlich einen in der Liga und einen richtigen Fail. Also viel Spaß. Den ersten Fail, den wir uns anschauen wollen hier. Etwas anders gelaufen, als ich mir das gedacht habe. Ich wollte eigentlich von links reinkommen in die Base. Wollte hier unten mit dem Royal Champion hier den Multi rausnehmen und dann Richtung Rathaus fliegen, um hinten raus mit den Fledermäusen etwas aufzuräumen. Läuft hier aber wesentlich besser, als ich mir das vorgestellt habe. Komm erst mal von oben mit meinen Helden rein. Nein, die sollen hier die ganze Seite freimachen. Ziel war es definitiv hier mindestens eine Luftabwehr rauszukriegen und wenn es gut läuft hinten eventuell noch den Magier Turm. Aber die Queen macht natürlich immer was sie will. Sie zieht nicht nach rechts, wie ich es mir vorgestellt hatte, um eventuell die gegnerische Queen noch rauszuholen. Nein, sie zieht nach links, läuft hier Richtung Rathaus. Den King jetzt schnell gezündet, dass sie eventuell das Rathaus rausholt, das wäre natürlich ein Traum hier. So einfach kann es manchmal sein. Und was macht sie? Sie geht dann hier wunderbar Richtung Rathaus. Rechtzeitig zünden, dass der Scattershot sie nicht rausnimmt, sonst hat man hier den ganzen Value von der Queen überhaupt nicht mehr. Das wäre eine Katastrophe. Jetzt geht es rein in die Base hier von unten, wie gesagt. Erstmal mit einem Elektro-Drachen und hier den Royal Champion hinterher. Wie gesagt, ich will den Multi rausnehmen. Das ist mein Ziel. Natürlich hier für die Fledermäusen auch das Perfekte. Von rechts komme ich dann mit meinen Loons und nehme einen Stone Slammer mit. Anstatt hier den Zeppelin. Das Rathaus ist raus. Das heißt, ich muss in der Mitte so viel rausnehmen wie möglich. Die Magia-Türme müssen raus. Und natürlich der Scattershot in der Mitte mit der Queen. Das wäre ein Traum. Dann stehen eigentlich den 3 Sternen hier nicht mehr viel im Weg. Komm hier rein. Kann hier wirklich sehr, sehr viele gegnerische Gebäude rausnehmen. Das ist hier sehr gut gemacht. Dann komme ich von rechts mit den Fledermäusen. Der Magia-Turm wird abgelenkt. Das heißt, ich brauche keinen Frost auf den drauf. Den Multi hinten frosten, weil er sonst einfach zu viele Fledermäuse zu schnell wegnimmt. Da habe ich hier ein bisschen zu lange gewartet. Das war etwas schlecht, aber das kann man natürlich ausbaden. Hier hinten raus den Scattershot noch gefrostet. Dann hat man eigentlich nur noch den Single Inferno, der hier irgendetwas ausrichten kann. Und mit etwas Glück, wenn hier die Fledermäuse lang genug den Single Inferno ablenken, dann schafft es. Der Drache ist rauszunehmen. Und ich hole hier ohne Probleme die 3 Sterne. Also man muss halt auch mal Glück dabei haben. Die Queen ist sensationell geil gelaufen. Das kann halt auch mal passieren. Jetzt läuft hier alles mal genau so, wie ich es geplant habe. Ziel ist es hier am Anfang, den Magia-Turm, den Multi rauszunehmen und natürlich den Royal Champion. Mit meinem King, meiner Queen und dem eigenen Royal Champion will ich hier rein in die Base. Will die Seite komplett frei machen. Meine Elektro-Drachen nutze ich unten auf 6 Uhr, um dort den Weg für die eigenen Drachen etwas schmaler zu machen. Ganz, ganz wichtig. Wenn man den Weg zu breit hat, dann fliegen die Drachen dann gleich nach rechts oben oder nach links unten. Fliegen einmal außenrum um die Base. Das wäre eine Katastrophe. Deswegen habe ich versucht hier mit dem Elektro-Drachen, wie gesagt, außenrum etwas Platz zu machen. Die Luftabwehr war natürlich dafür etwas kontraproduktiv. Aber das hat schon gereicht, dass die Truppen wirklich in der Mitte bleiben. Oben dann den Royal Champion genutzt, um den Multi rauszunehmen. Die Base etwas zu schwächen hinten raus. Der gegnerische Elektro-Drachen in der Clan-Burg kann natürlich nicht viel ausrichten. So einfach kann es sein. Die Base ist vorbereitet. Das heißt, ich komme jetzt hier gleich mit meinen Loons und meinen Drachen in die Base rein. Will hier, wie gesagt, rein in die Base hinten raus hier den Scattershot, den Multi und das Rathaus. Den muss natürlich hier mein Zeppelin rausholen. Den Woot etwas versetzt in der Mitte gesetzt, dass hier die Drachen auch wirklich im Woot durch die Base durchgehen. Richtig viel Value hier rausholen. Hinten raus, wie gesagt, den Woot auf das Rathaus. Der Scattershot gleich raus. Der Multi ist gleich raus. Also das hat super funktioniert. Das heißt, jetzt kann ich mit meinen Fledermäusen von links in die Base reingehen. Definitiv nicht von rechts hinten raus. Ein Scattershot, ein Magiaturm noch. Ein Multi und noch ein Magiaturm. Das würden die Fledermäuse nicht lange überlegen. Deswegen müssen sie sich erst mal sammeln. Von links in die Base reinkommen. Was hier sehr schön funktioniert. Die Drachen hier unten lenken den Scattershot ab. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst hätten definitiv meine Fledermäuse überhaupt keine Chance. Den Multi rechtzeitig frosten. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, hinten raus den nächsten Magiaturm zu frosten. Etwas spät. Aber es reicht, um den Scattershot rauszunehmen. Und das waren die sicheren 3 Sterne. So viele Truppen noch am Leben. Das ist vollkommen ausreichend hier. Natürlich noch die restlichen Minions gesetzt zum Aufräumen. Die Drachen holen das locker raus. Das haben natürlich gegen Magiaturm und Pogiturm überhaupt keine Probleme. So einfach kann es manchmal sein, wenn der Plan auch so läuft, wie man es sich vorgestellt hat. Ein Rathaus in der Ecke. Also wie kommt man mit dem Zeppelin bis dort runter geflogen? Ohne dass der Zeppelin rausgeholt wird. Die Luftfeger stehen natürlich wie immer perfekt Richtung Rathaus gelingt. Das heißt, ich komme hier erstmal oben mit meinen Helden rein. Will die Base so klein wie möglich machen. Der King, der soll außen rum laufen. Die Queen, die soll hier reingehen, soll den Scattershot rausholen. Und hier, wenn geht, noch den Magiaturm hier. Die Lager sollen raus, um einfach dann die Base so klein wie möglich zu machen. Dass dann meine Drachen von links in die Base können. Ein paar Loons vorneweg und den Royal hinterher. Ganz, ganz wichtig, dass der Single Inferno nicht gleich auf den Royal Champion geht. Wichtig, wenn der Single Inferno auf den Royal geht, sofort zünden. Sonst hat man keine Chance. Ich habe hier gerade so überlegt, kann sogar hinten raus noch den Adler rausholen. Was natürlich richtig geil ist. Und schaut mal an, der King, was der alles rausholt. Das ist richtig fett. Hier habe ich den Elektro-Drachen gesetzt, um die Queen eventuell in die Base reinzugehen. Das hat hier super funktioniert. Kann auch sogar eine Luftabwehr rausholen. Aber was will man mehr? Wo kommen dann von links mit zwei Drachen rein? Ganz wichtig, dass die Base klein wird. Dass hier durchgeflogen wird und auf den Multi gegangen wird. Wenn man außen noch Gebäude hat, kann es wirklich passieren, dass die Drachen alle außen rumfliegen. Und man hat überhaupt nichts von den Drachen. Das ist dann komplette Verspendung. Jetzt setze ich hier den Wu-Zauber relativ weit hinten beim Multi. Um hier so viel Value wie möglich rauszubekommen. Den Multi rauszubekommen und natürlich auf den Scattershot zu fliegen. Deswegen habe ich auch den Warden etwas später gezündet und habe meine Loons etwas leiden lassen. Kommen dann, wie gesagt, bis zum Rathaus mit meinem Zeppelin. Der Wu da hinten raus macht natürlich richtig viel Wett. Die Drachen richtig geil dort in der Mitte. Holen richtig viel raus. Das heißt, jetzt muss der Multi raus. Ein Frost auf dem Multi. Oben der Magierturm wird Gott sei Dank vom Drachen rausgeholt, was ganz, ganz wichtig ist. Einen Frostzauber hätte ich mir hier definitiv sogar sparen können. Hinten raus den Magierturm, noch einmal frosten. Auch hier wieder etwas spät mit meinem Frostzauber. Aber schaut euch an, wie viele Truppen noch am Leben sind, die hier den Rest aufräumen können. Das ist vollkommen ausreichend. So muss das sein. Die Betts haben hier die Gebäude rausgeholt, die dann zum Ende hin die drei Sterne verweigert hätten. Aber so geht es natürlich richtig gut. Jetzt wollen wir uns auch mal anschauen, wie man es nicht machen sollte. Ich hatte hier vor, oben mit meiner Queen hier den Magierturm, die Luftabwehr rauszunehmen. Der Royal Champion sollte dann hier reingehen. Sollte dann auch Luftabwehr und Magierturm rausnehmen. Ganz einfaches Ding. Der King soll hier unten alles freimachen von den ganzen Gebäuden. Und dann geht es hier ab durch die Mitte in die Base rein. Die Zeppelin natürlich hier von außen von links rein bis zum Rathaus fliegen. Soll dort die zwei Sterne sicher machen. Und dann sollen hier oben die Fledermäuse die zwei Gebäude rausholen. Mehr sollten sie eigentlich gar nicht machen. Läuft am Anfang schon mal richtig super. Die Queen ist relativ gut mit dabei. Kann hier alles rausholen, was sie soll. Nimmt hier, wie gesagt, die Luftabwehr noch raus. Mehr war nicht notwendig. Also nicht ganz, aber immerhin hat sie sie schon geschwächt. Ein paar Loons hier unten, um den King zu unterstützen. Natürlich, die Seiten müssen aufgeräumt werden. Den King dann gezündet. Der macht schon mal gute Sache hier. Die Base richtig schmal gemacht. Oben den Royal Champion rein. Auch gezündet. Nimmt hier leider nicht den Magierturm raus. Also läuft schon mal richtig super. Kommt dann, wie gesagt, von links mit meinen Drachen rein. Will dann hier in die Base durchfliegen mit dem Zeppelin. Setz ihn aber weiter viel zu weit unten. Den hätte ich weiter hinten setzen müssen. Der ist dann auf einmal vor meinen ganzen Truppen. Das ist eine Katastrophe. Hier hätte ich definitiv warten müssen. Schaffe es zwar bis zum Rathaus. Ich habe auch die Daumen gedrückt, so weit es ging. Aber dann natürlich Katastrophe. Der Tornado zieht alles weg. Die Drachen, die Loons, alle weg vom Rathaus. Total schlecht. Jetzt habe ich hier ganz kurz überlegt, ob ich eventuell wirklich aufs Rathaus draufgehe. Habe aber gesehen, wie viele Drachen unten beim Rathaus sind. Und was passiert? Die Drachen gehen alle nicht zum Rathaus. Lassen sich hier wunderschön wegbrutzeln. Das heißt, ich habe überhaupt keine Chance, auf zwei Sterne zu kommen in der Liga. Voll die Katastrophe der Fight. Der nächste Liga-Fight. Also nicht immer schaffe ich es auf drei Sterne. Meistens kommen definitiv hohe zwei Sterne raus. Das habe ich hier in jedem Fight gezeigt. Jetzt geht es hier darum, auch mal einen Dreier zu zeigen aus der Liga. Also das funktioniert wirklich. Hier ging es darum, die Base auch wieder so klein wie möglich zu machen. Mit dem King den Royal Champion rausholen. Hier den Magiaturm rausholen. Der King soll dann nach rechts weiterlaufen. Und mein eigener Royal Champion, der soll reingehen Richtung Adler, den Adler rausholen. Muss ihn aber etwas weiter rechts setzen, um hier definitiv die Magiaturm rauszuholen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Queen unterstützt natürlich dabei. Der Royal macht hier super Arbeit. Auf der linken Seite. Der Elektro-Drachen bereitet die Base richtig gut für meinen Loon-Part vor. Das Schöne ist, die Queen zieht in die Mitte. Was will man mehr? Der Adler wird rausgeholt. Die Base ist richtig klein. Meine Minions können auf der Seite schon aufräumen. Das heißt, jetzt geht es von oben ab in die Base. Natürlich die Loons vorneweg, die Drachen hinterher. Hier warte ich auch wieder etwas länger, da die Magiaturm auf die Loons schießt. Und wie gesagt, der Adler ja schon raus ist. Das heißt, wir haben ja überhaupt keine Probleme. Wichtig hier, der Giftzauber auf die gegnerische Hexe. Um hier wirklich die Skelette nicht zu viel werden zu lassen. Das wäre auch eine Katastrophe. Da sind die Drachen viel zu lange abgelenkt und ihr habt überhaupt keine Chance. Jetzt sind hier die ganzen Loons auf den Scattershots. Das heißt, hier rechtzeitig den Wut-Zauber werfen. Das Rathaus wird rausgenommen. Der Scattershot ist abgelenkt. Das heißt, wir haben unten nur noch einen Magiaturm. Frost drauf, die ganzen Fledermäuse drauf. Bis 5 zählen, nächster Frostzauber drauf. Und warten und wieder bis 5 zählen, nächster Frostzauber drauf. Wenn denn der Magiaturm noch steht, hat hier soweit super funktioniert. Das heißt, die Fledermäuse können den Rest der Base ohne Probleme aufräumen. Die Minions noch verteilt gesetzt. Die Fledermäuse machen den Rest platt. Also so einfach kann es sein, wenn der Zeppelin wirklich bis zum Rathaus kommt und der Rest auch funktioniert. Hier natürlich noch eine Katastrophe. Am Schluss noch der Tornado, nimmt alle Fledermäuse weg. Richtig kacke, aber es kommen trotzdem die 3 Sterne raus. Einen Fight haben wir noch aus der Legende. Auch hier wieder wunderschön die Base. Kann man richtig schmal machen. Dies ist immer dieselben Layouts, wo das Rathaus in der Einhänge steht. Der Adler in der anderen. Also das kann man sich eigentlich denken. Normalerweise würde ich hier mit dem Royal reingehen und den Adler rauszunehmen. Aber was ist hier natürlich ein Loch in der Base? Das heißt, ab mit den Helden. Rein Richtung Adler. Die gegnerische Clanburg hier. Zwei Drachen, ein Loon. Kann natürlich nicht viel ausrichten. Mit dem Giftzauber drauf. Der König schafft es hier. Der König, der King schafft es hier. Alles rauszunehmen, was da drin steht. Die Queen nimmt hier wunderbar hinterher das Rathaus raus. Kann dann hier oben noch die Seite rausmachen. Das ist natürlich ein Traum. Die Barbaren fressen sich hier wunderschön durch die Mauer durch und rennen dann unten Richtung Royal Champion. Das habe ich nicht geplant. Hat aber super funktioniert. Das heißt, ich kann oben mit dem Elektro Drachen wieder die Seite freimachen, dass ich gegen den Multi fliegen kann. mit meinen Drachen und mit meinen Loons. Unten der Royal Champion ist raus. Das heißt, jetzt geht es ab Richtung Multi-Infernung mit dem eigenen Royal Champion. War so am Anfang auch nicht geplant, dass der Royal Champion da unten so früh gespielt werden kann. Er sollte etwas später ins Spiel kommen, um den Multi hier, den Magerturm, dann den Multi rauszunehmen. Wenn der Scattershot in der Mitte abgelenkt ist, kann ich hier aber wesentlich früher machen. Ich nehme unten den Multi raus, komme von oben mit meinen Loons und den Drachen rein. Warte hier auch wieder einen Moment, bis die Loons etwas weiter in der Base sind, um hier den Warden zu zünden. Dann wie gesagt, den Woot wieder drauf und es geht ab in die Base. Hier schafft man es auch wieder, dass beide Woot-Zauber hintereinander gesetzt werden können. Also richtig viel wird da rausgeholt. Man schafft es dann, lockerlässig hier das Rathaus rauszuholen und dann geht es rein. Wo spielt man jetzt hier die Skeletzauber, wollte ich schon sagen, die Fledermäuse? Natürlich von unten. Der Multi ist abgelenkt, der Scattershot ist abgelenkt. Man muss hier nur warten, bis man beim Magierturm ist. Dann kommt man rein, wie gesagt, nur noch hinten raus. Der Multi und der Magierturm hier, der irgendetwas ausrichten kann. Ich fliege definitiv gegen den Magierturm mit meinen Fledermäusen. Der Multi ist nicht ganz so schlimm, bei den Drachen. Und da er durch ein paar Drachen abgelenkt war, schaffte ich es, ohne ihn zu frosten, durch die Base durchzufliegen. Jetzt geht es hier nur noch ums Aufräumen. Ein paar Drachen, ein paar Minions und das ist vollkommen ausreichend. Ich hoffe, ihr habt heute wieder etwas gelernt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.